Dürmer! Dieter der ECODELT-Hotel zwischen 1723 Personen, VFR, wir rollen zu 2.5. Wir kommen von Lönn-Kurneisen, 1-2-1-5. Ach ja, ist fast wie ein Flugzeug hier. 240 Grad wird der Knoten, Michael, das ist doch von vorne. Da sind wir doch hucki zucki hoch. Jetzt fängt jetzt die Ruhe entlang bis zum Büxburger Hub, wo die Ruhe im Main bündelt. Wir kommen von Lönn-Kurneisen. Wir kommen von Lönn-Kurneisen. Wir kommen von Lönn-Kurneisen. Wir kommen von Lönn-Kurneisen. Ja, tolle Sicht, da machst du was heute. Wir kommen von Lönn-Kurneisen. Wir kommen von Lönn-Kurneisen. 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 Welsign", Str главar von Lönn-Kurneisen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.